Configure Medium von Babydan ist ein Schutzgitter aus Metall für breite Öffnungen. Das Configure Medium besteht aus einer extra breiten Türsektion und zwei kleinen Sektionen. Es passt in Öffnungen von 90 bis 146 cm. Die super flexiblen Wandanschlüsse lassen zu, dass das Schutzgitter sowohl innen als auch außen am Türrahmen sowie auf geraden wie abgewinkelten Wänden montiert werden kann. Das Babydan Configure System ist das originale Konfigurationsgitter. Die Gitter sind in Dänemark in unserem eigenen Werk hergestellt, wo wir seit 1967 Schutzgitter fertigen. Die Babydan Configure Schutzgitter sind die einzigen Konfigurationsgitter, die entsprechend der neuesten Sicherheitsstandards getestet und genehmigt wurden. Sie entsprechen neuestem EU-Standard EN 1930 und wurden vom TÜV GS geprüft. Sie können Ihr Configure Medium mit Sektionen Ihrer Wahl aus dem Babydan Configure System erweitern und so Ihr Configure-Gitter Ihren Anforderungen anpassen. Das heißt, Sie können Ihr Configure-Gitter als Schutzgitter für weite Öffnungen verwenden, als Kaminschutzgitter, als Raumteiler oder als Laufstall, abhängig von der Zahl der Sektionen, die Sie zusammensetzen. Sie können sogar mehr als eine Türsektion hinzufügen. Das Babydan Configure System umfasst drei Typen von Sektionen. Eine extra breite Türsektion, eine große Sektion und eine kleine Sektion. Alle Sektionen, einschließlich Türsektion, können frei platziert werden. Die Türsektion öffnet in beide Richtungen und verfügt über einen speziell entwickelten Griff, der leicht mit einer Hand von Erwachsenen geöffnet werden kann. Das Schutzgitter lässt sich ganz leicht montieren. Für eine korrekte Montage folgen Sie einfach der beiliegenden Anleitung. Wandanschlüsse sind enthalten. Wenn Sie die Wandanschlüsse montiert haben, klicken Sie einfach das Gitter in die Anschlüsse und Ihr Configure Gitter ist einsatzbereit. Falls Sie das Gitter wieder entfernen möchten, ziehen Sie einfach am Quick Release, um das Gitter von den Wandanschlüssen zu lösen und heben das Schutzgitter weg. Es werden keine Werkzeuge benötigt und das Ganze dauert nur wenige Sekunden. Alle Configure Schutzgitter und Sektionen sind in zwei Farben erhältlich, schwarz oder weiß. Das Schutzgitter eignet sich für Kinder von Geburt bis zu 24 Monaten. Besuchen Sie bitte www.babydan.com für weitere Informationen über Sicherheit zu Hause. Babydan. Eyes for Safety.